herzlich willkommen zurück wir versuchen es noch mal hilft ja nix es hilft ja einfach nix ich muss es irgendwie schaffen danach müssen wir noch die dailies machen ja das startet den mark scheiße man letzten runs waren echt schön na ja mit keeper wieser trotzdem manchmal einfach getroffen und gesehen wie professionell ich denen die bomben ins gesicht gelegt habe ich bin gespannt was es heute wieder gibt ich habe immer nach der keeper muss ich sagen nicht so viel spaß dann macht der lost wesentlich mehr spaß ich glaube das brauchen wir niemanden zu sagen ich glaube wer keeper lieber mark als lost ist absoluter sadist keeper ist der schlimmste charme neben lilith und ich keine ahnung ich aber es macht trotzdem spaß muss man sagen es macht trotzdem spaß versuchen zu überlegen jedes mal wieder neu zu überlegen was muss ich mit diesem char weil mit diesem char muss man ganz anders spielen wenn man zu delirium will ja wie bekommt man es hin weil du musst immer versuchen immer versuchen batteriegeräte mit teile mitzunehmen damit du halt während dem delirium run oder während dem delirium fight münzen generierst das ist das allerwichtigste ansonsten bist du alle gleich tot und das lief die letzten zwei drei mal echt ganz gut aber ich bin halt nicht weit genug gekommen beziehungsweise wenn ich weit genug gekommen bin dann ist die bräute nicht gespawnt so war es sollte halt bisher noch nicht sein aber auch das kriegen wir irgendwie auch das kriegen wir irgendwie aber der charakter ist schon fies zu spielen ne das ist auch ein alt und das ist das hier gespawnt habe ich gar nicht gewusst in mag ich den raum wenn was gutes bei rum kommt okay Okay. Wir warten nur mal den Eisenraum. Weil der Eisenraum gut ist, könnte man mit der Famie schon mal arbeiten, weil das gibt uns Fliegen, ne? Okay. Wunder, makes you small. Grob. Sehr geile Seite. Okay. Warum ist jetzt... Gib mir das Münzen. Das wäre ja großartig. Das wäre echt großartig. Okay, hier ist nichts wirklich Tolles. Oh, Ampelbahn. Okay, Münzis. Oh ja, das droppt Münzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ah ne, das kommt von Galp. Ah ne, das kommt von Galp, die Münze. Aber wartet mal. Ich muss mich jetzt glaube ich noch... Treffen mich gar nicht, ne? Oh, es gibt keine Münzen mehr zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wo könnte der... Der Geheimraum kann eigentlich nicht an vielen Stellen sein. Kann nur hier links unten eigentlich sein. Eigentlich kann er nur hier sein. Ja. Power Up. Wichtig. Das schon mal gut. Da habe ich leider keinen Schutz. Okay. 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 Ja, aber das heißt kein Schitz, ich hab Gold, ne? Dieses Trinken werde ich auch niemals mehr hergeben in diesem Run. Mhm. Evil-Range hat Speed-Up, ja, warum nicht? Mal mit. Puh. Ja, heute wird's nur diesen einen Run geben, ich hab nämlich nicht mehr ganz so viel Zeit. Das heißt, wenn's vorbei ist, ist es vorbei heute. Vielleicht schon mal drauf einstellen können. Humble-Bundle. Oh, shit. Ah, ich hasse das. Oh, ja, das ist ja auch nice, gar nicht drüber nachgedacht. Dafür ist Humble-Bundle ja auch richtig geil, ne? Und gut. Der Doppel-Münz-Traubs jetzt. Das ist die crazy. So, und jetzt Number One, please. 1,60er-T-A-Rate. Crazy. Sollte man eigentlich nicht machen, aber... Für den Spaß, ne? Machen wir doch noch einen anderen, noch einen Run heute. Okay. Was haben wir hier? Und jetzt wird halt alles reroll, ne? Ich hab halt Galb, ich hab halt Galb, ich sollte das netter als aufs Spiel setzen. Krasser Shit. Guck mal da dran. Okay, wer gibt's den Boss? Das ist perfekt. Tiersab, ein fettes Tiersab wahrscheinlich. Ja, das geht sogar. Geht noch. Disco Pogo, Leute. Ich brauch zwei Bomben noch. Gibt's hier Bomben? Irgendwo? Ja. Ja. So, jetzt noch Small Rock, please, in einem von den beiden Steinchen hier. Ja, D. Okay. Wir haben halt nur ein Leben, äh, ein Herz, aber wir haben neun Leben. Ne, dementsprechend einfach nicht getroffen werden. Irgendwie wird das schon, das hier muss ich noch wegsprengen gleich. Kann ich jetzt aufsammeln? Ich hab eh nur ein Leben. Komm, ich kann's auch gleich nutzen, das ist ziemlich scheißegal. Wie nett getroffen werden, ist das XL oder so? Nee. Okay, noch ist die Devil Dealshaws höher als jetzt. Kann's niemals sein. Okay, gehen wir noch ran. Oh. Okay, was haben wir hier? Ewaz, Blankroon, Hagelaz, Elgis, Pethro. Okay, erstmal die Blank. Answers. Okay, das ist Vision, das interessiert mich jetzt nicht so. Pethro, Elgis, Hagelaz. Hey, Waz. Hagelaz, mir auch scheißegal. Pethro. Ich ne. Geht erstmal zum Boss. Oh Gott. Ich ne. Ich ne. Wie ne. Was ist denn? Was willst du machen? Das ist halt so, oder? Scheiße. Okay, jetzt ist es Wumpe. Jetzt gucken wir erst, was da hinten drin ist. Was ist das, was da hinten drin ist? Ja, ne? Boah, Investation Shot 2. Nice. Und hier? Ich kann das nicht machen. Kaufen wir natürlich auch noch. Oh, jetzt muss ich die Pille natürlich auch kaufen. Ah, da ist doch schon wieder Geld. Ich muss die Pille kaufen. Das könnte ein HP-Up sein. Scheißegal bei meiner Tier-Raid. Vielleicht ist noch ein Bücher und da ist noch alles hier. Ist ja nice. Ich glaube, wir haben wir auch noch. so viele geile sachen hier wass up, nice was war das denn und räumchen ich nehm die eh alle nicht mit ne es ist vollkommen wurscht jetzt die überlegung nur wer welches ist jetzt hier noch sinnvoll scheißegal ne ich bin nur Bücherwurm die anderen auch nur damit sie nicht spawnen und nochmal spawnen können irgendwie nein 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 ich will schon wieder mein Dings hier ok gehen wir auch rein ich hoffe dass es nicht Dingskirchen ist Envy natürlich ist Envy warum sagt man sowas überhaupt soll ich es please irgendjemand gibt mir ein HP ab ich könnte eigentlich die Elgis nutzen eigentlich dann hätte ich aber im Falle eines Devil Deals nichts ne hätte ich die Pathro nicht ist mir scheißegal was haben wir denn ouches da fällt man rein ein Dingskirchen kein Dingskirchen ein Dingskirchen Ja, dann müssen wir das in der nächsten Ebene regeln, ne? Müssen wir das wohl hier regeln. Ich würde den HP-Hub jetzt noch gar nicht mitnehmen. Okay. Oh Ich bin konzentriert, der Run ist irgendwie komisch Ist das ein Teil? Nochmal Würfelraum oder was? Nee Ich spiel doch so extra, damit ich halt das schaffe, ne? Warum soll ich denn jetzt noch einen Würfelraum nehmen? Oh dann jetzt bitte nur noch Tiers Ups der Rest ist mir so wurscht, einfach Tiers Ups und ich gewinne euch den Run wenn ich zu Delirium komme das war schlecht ah, ich bin eigentlich so hochgegangen halt zum Raum muss natürlich Alter äh OMG oh my fucking god oh my god oh my god wir haben sechsfach Laser Rings oh my god 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 gleich nur dieses Teil holen was die Spinnen freundlich macht ne ich glaube nee Fliegen freundlich macht was die Spinnen freundlich macht ich glaube ich endlos machen hier ok 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 jetzt ist sie vorbei full health dann gib mir ein HP ab ist das crazy ne guck mal wie lang es überhaupt dauert bis ich überhaupt was los machen kann das ist so krass aber dann mal gucken wie lang das wie lang der Boss da lebt mit dem Dingsherz hier sechsfach Schuss mit Bookworm noch mehr ne alles klar das wird crazy das Problem ist ich weiß nicht ob das mit den Keeper-Tiers noch funktioniert weil die Tiers ja dann nicht kaputt gehen naja wir werden sehen maligen ist halt super noch ne das ist auch nice mal was hier noch gibt aber der ist auch gut ich will halt ein HP ab irgendwie haben das Tier ist ab ne und zwar ein mächtiges das ist wichtig das war der letzte jetzt hier schade Spiders wir haben ne ich kann es doch halt noch überhaupt nicht einschätzen wie das wäre wenn wir dieses Bild bei hier wie heißt er mit unserem Freund hätten hier bei Delirium ne ich kann es noch null einschätzen ein Raum den ich noch nie gesehen hatte ist er Mann gib mir ein HP ab das wäre so wichtig bitte gib mir doch einfach ein HP ab sowas nimmer passiert ich hab keinen Bock auf dreimal sterben jetzt und dann ich rotz ja alles weg naja so ist ja nett okay ich muss das machen boah Tier ist ab alles ab alles ab nur HP nicht scheiße man muss ich jetzt hier noch ein bisschen umgucken all rock ne das ist nur cool. Ganz ehrlich, da unten will ich nicht reingehen. Das ist so crazy. Das ist so krass, wie viel Damage ich mache. Hilft es bei, dass ich habe. HP ab, Mann. Nein. Give me that HP ab. Ich muss jetzt zu Mom gehen. Hilft ja nichts. Scheiße, Mann. Nein, hier war das nicht. Doch, hier war es. Oder nach oben. Oder nach unten. Es gibt einen Devil Deal. Hier würde ich dann noch zweimal Devil Deal bekommen. Easy call. Nein. Einmal darf ich noch sterben. Deswegen habe ich es gemacht. Vielleicht kommt noch ein cooler Devil Deal. nicht unbedingt. Ja. Okay, dannurgence. Jetzt kommt noch nie. Eine Lachtruz. Ich bin hier komplett falsch. Wahrscheinlich. Aber das geht wirklich hier unten rum. Cool ist schon, wie schnell ich jetzt mittlerweile die Dinger schieße, ne? Ich würde echt gerne einen HP ab, einfach. Ich soft einen HP ab. Genau in diesem Moment gibt es jetzt keins mehr, ne? Scheiße. Falsche. Falsche. Okay. Ist das ein HP ab? Wir werden sie erst rausfinden. Wenn sie das geholt haben. The Pact. Damage ab, Tiers ab. Bitte nicht tot sein jetzt. So, und jetzt kommt es drauf an. Range ab. Shit. Problem ist, ab sofort gibt es ja keine... Es gibt ja keine Items mehr, ne? Das heißt, ich bin jetzt auch so ein scheiß Battle oder so angewiesen. Und ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Wenn ich einmal sterbe, jetzt bin ich tot. Oh, das wäre so geil, mit dem Bild jetzt da irgendwo hinzukommen, ne? Okay, vielleicht hier noch ein HP ab. Glück irgendwie. Nein. Hier vielleicht irgendwas. Also weit links. Vielleicht noch. Komm, hier ist ein HP ab drin. Scheiße. Smaller, ne. Bärkano. 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 Ich weiß nicht, was ich hatte. Gibt es überhaupt Devil Deal Items, die mir ein HP abmachen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass es Devil Deal Items gibt, die mir ein HP abmachen. Das heißt, ich brauche gerne zu changen, ne? Da warte ich lieber, bis ich irgendwas bekomme. Ich muss jetzt aber hier noch ein bisschen gucken. Dann sehe ich, mit einmal P brauche ich das nicht probieren. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Bettler rumsteht. Das war schon ziemlich knapp. Irgendwie Glück haben. Keine Ahnung wie. Ich kann nur ein Bettler auf mir vorstellen, gerade ich. Ich weiß nicht, was mir sonst helfen soll. Zahlen könnte ich den Bettler, ja. Was war denn hier noch drin? Nichts, ne? Oh, da. Das muss ich eigentlich machen, ne? Rotze. Das ist alles abgesucht hier. Nichts. Scheiß. Dann muss es wohl in der Kathedralen-Bettler sein. Wenn ich nicht irgendwo reinrenne jetzt hier. Das bringt nichts, wenn ich das... Ich überlege die ganze Zeit, was da für ein cooles Item kommen könnte. Aber es gibt mir alle Devil-Deal-Items. Geben mir nur... Blau oder schwarze Herzchen dazu. Und dementsprechend kann ich nichts mitnehmen. Falls das nicht so sein soll, sag mir mal Bescheid. Einfach eine HP-Appille wäre halt einfach toll jetzt, aber... Das ist so krass einfach nur. Aber halt einmal dumm getroffen werden. Und ich bin halt immer Arsch, ne? Ah. Ah, das ist auch kein HP-App. Jared, bringt mir auch nichts. In dem Moment, wenn ich getroffen werde, bin ich dann tot. Ah, das ist institutt PC-T. mir doch ein ab hier bitte gibt es auch keine hp-pille ne ich probiere es natürlich so auch weiterhin ja aber da ist ein blöder move ganz kurz und dann ist er halt weg alles umsonst gewesen aber das ist halt so bei keeper und lost sonst halt irgendwie die in die jetzt in die chess kommen da ich denke das ist nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, gib mir eine AP ab jetzt. Gib mir eine AP ab. Scheiße. 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 Komm schon, komm schon, das könnte sein. Komm schon. Wetten, dass es die Blue Map ist? Nein. Weg mit dir. Boah, ich muss den anschubben, weil ich habe ja... So Spades. Das ist unfassbar, oder? Das ist unfassbar. Oh, mein Gott. Goal. Treib mich zu Weißglut hier. Oh, okay. Oh, okay. So. So. Oh. So. So. Wahnsinn, komm schon. Ich muss es machen. Auch wenn es mich langsam macht ohne Ende. Ich muss es machen. So, jetzt müssen wir wirklich einfach nur hoffen. Das ist die Void Spawn. Das ist das Nächste, was du hoffen musst. Das ist doch schlimm. Das ist ja Death, stimmt ja. Haben wir die Stopwatch? Wir haben ja die Stopwatch gekauft, kann das sein? Okay, bitte lass die Void spawnen. Wir haben die Stopwatch gekauft. Da habe ich null dran gedacht, weil das ja schon wieder so lange her ist. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist schon wieder nicht passiert. Da kämpfst du hier dreiviertel Stunde durch und dann kommt das dann. So, jetzt können wir nur noch hoffen. Und zwar müssen wir jetzt dieses andere Dings da mitnehmen und müssen hoffen, dass die Get Free Out of Jail-Karte kommt. Was ist der denn? Hier liegt der. Das war Dead's Key, natürlich. Das letzte Chance, die wir jetzt haben. Nee, 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 nee. Keine Mieschia. Das ist so schlimm. Wir haben halt Galb, ne? Wir haben halt echt Gulp. Und wir haben so fette Tears und wir haben alles, was wir brauchen für Delirium und es erkommt halt einfach wieder nett. Das ist so schade. Nichts. Schade. Schade. Ich hab die Hoffnung nicht auf. Ich hab die Hoffnung nicht auf. Schlimm ist, wir kennen sogar schon die Geheimräume. Das ist einfach nur... So, wir haben noch eine Schauers auf ne Karte. Scheißegal. Und ne Kiste. Warte, nicht? Inversky. Irofant. Ich glaub, das war's, Leute. Der Light's mir auch tut. Wir kriegen keine Void. Wir haben alles abgeklappert. Also, es ist sehr, sehr schade. Denn das war ein Bomben Run. Das war echt ein Bomben Run. Der hat riesig Spaß gemacht. Der war mit dem neuen Leben. Es ging sich alles perfekt aus. Es ist wirklich alles perfekt ausgetüftelt gewesen in diesem Run. Außer, dass die Void nicht gespawnt ist. Schade, ne? Naja. Man sieht... Weil ich denke, das hätte... Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Außer du bist halt blöd gehittet oder so von Delirium. Ne? Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss. See you next time. Bis zum nächsten Mal.